schauer express und damit herzlich willkommen zu train sind wir zwei dem addon zentral schweiz und so sie nach luzern oder eher gesagt anders herum stehen hier gerade in der nähe von sur see und dürfen gleich in dem nachmittagsexpress einen weiteren zug ankuppeln das ganze spielen wir wie gewohnt auf der playstation 5 aber mit einer kleinen besonderheit dieses mal auf dem pc als mit der ps5 auf dem pc während ich hier noch ein bisschen laba raba machen stellen wir hier schon mal alles ein dass wir gleich in einer zug durchgefahren ist direkt auch starten können so da kommt auch schon makro für den lieben kollegen mit 60 dürfen wir reinfahren etcs das sich erstmal aus da falls wir kommen ja eh an da müssen wir das ja eh an machen also immer ganz geschmeidig wie ein kaugummi in der video beschreibung sind zwei neue bauteile erwähnt einmal die elgato 4k 60 pro und einmal elgato chat link pro eier elgato 4k 60 pro hat mir der dominik geholfen der doko ich es doch mal lieber jemanden überlassen wollte der davon ahnung hat man schön zusammengesetzt mit papierchen und so und haben dann das eingebaut hat alles funktioniert aber leider gab es ja kein ton also halt elgato chat link pro mit dazu und jetzt funktioniert auch alles so wir holen uns noch mal die bestätigung dass man hier durchfahren darf haben auch gelb gruppeln ganz geschmeidig noch den zug hier an und dann geht es auch gleich los dürften eigentlich noch im rahmen fenster der pünktlichkeit sein also alles ganz easy alles ganz easy da hinten steht auch schon haben wir mal ein bisschen langsamer ran da steht auch dran der luzern wir halten nicht überall aber so mal zwischendurch und dann doch geht das zack so leistung auf 0 neutral und er riegel so alle man raus hier sagt moyen tür können wir ja schon mal offen lassen alle ganz schlimmer hier rüber moyen ich bin ihr kapitän tschüss und wir sind sogar noch überpünktlich her mein lieber scholli so scheinwäscher auf 1 etc s müssen wir mal anmachen einmal bestätigen und dann bau soll auf 100 km h zeigt auch uns an gut noch mal ein schönes Bild für flippo unser fahrer macht eine t-post und dann kann man so langsam auch mal starten ich bin mal echt gespannt wie es mit dem addon hier weiter geht momentan kann man mit dem sbb rabe 523 nur 112 dienste waren sprachen und abfahren das ist momentan zwar noch gut hessischen grenzen aber halt in manchen fällen noch zu wenig wohl gemerkt auch dass man den zug nur in luzern abstellen kann im depot aber in zur see kann man nicht man kann im fahrplan nicht ankuppeln meistens sind die züge schon in doppeltraktion oder ähm einzeln ja was schwierig ist das ah boah das lebt schwierig und repaints funktionieren aber nur auf den zug den du gerade steuerst ne KI züge oder der zug in der doppeltraktion der zweite die sind davon nicht betroffen das heißt du hast äh da gehst du mal ein abelio repaint oder VR XX oder VXX oder wie das heißt hier der reine Ruhe Express und möchtest das unbedingt auf beide haben naja Pustekuchen entweder einer oder gar keiner so so jetzt können wir schon auf 160 hoch genau und geblieben 7,7 Kilometer ist das halt ich will es im Fenster ein bisschen aufmachen hier aber geht anscheinend ohne gut also mal gucken ich stehe mit Rift Games und Skyhook Games so ein bisschen in Kontakt schreiben mal so ein bisschen und und Rift Games hat auch gesagt sie würden uns über künftige Karten Updates und so auf dem Laufenden halten Karten Updates vielleicht kriegen wir ja noch die Direktverbindung nach Zürich mal gucken ich bin auf jeden Fall interessiert und gespannt was dann noch so alle kommt wir werden auch garantiert das öfteren hier in der Aufnahme noch zwangsgebremst werden aber alles gut 5 Kilometer haben wir noch wir sind noch relativ gut und pünktlich waren wir an allen Stationen noch vorbei ich glaube wir werden nicht an so vielen halten ich denke jetzt mal noch so ein zwei Stationen vor Luzern und dann natürlich in Luzern direkt und das Besondere ist ja ich weiß jetzt nicht ob es auch bei dem Szenario hier ist aber man kann auch den Zug ins Depot reinfahren also man geht erst hin zu seinem Zielbahnhof also in dem Fall Luzern und dann kann man den Zug auch ins Depot fahren in dem Fahrplan Modus kann man nur aus dem Depot raus aber nicht ins Depot rein also da fehlt noch ein bisschen Abwechslung ne das haben andere Karten DLC schon besser gemacht da gibt es mehr Alternativen als man mit Kehrwände und so hat da fehlt noch so ein bisschen was ne da ist der oh ja ja Zwangsbremse und ah scheiße jup Notbremse hoch ja schönes Scheiße habe ich den Kombi heben oh wir können weiter na dann mal dann mal los so ein schöneres Bild finde ich das hier wenn man jetzt mal die T-Pumps nochmal wegnimmt dann ja so V-Max ist reduziert worden auf auf 125 ja 25 das meine ich das ist auch noch etwas was ein bisschen stört so ne Geschwindigkeits ähm Sachen hier die kommen immer urplötzlich und das finde ich irgendwie ein bisschen zum Kotzen aber gut da hinten kommt schon unser Bahnhof werden wir mal dort auch anhalten huch jetzt bin ich ein bisschen zu voreibrig oder eilig mit der Bremse ich denke mal wir werden schon ein bisschen weiter vorne halten müssen da wir jetzt auch ein Doppeltrakt sind so ganz geschmeidig wie ein Kaugummi hm ich mag dieses Makro naja bisschen verspätet aber alle tut ey legst du nur scheiß Motte gegen mein Bildschirmzimmer hä sieht er das auch ach das ist die Motte ey verpiss dich was auch immer das ist die ganze Seite hier gegen mein Bildschirm hallo ey verpiss dich sag mal ich habe mich so schon sehr drauf gefreut endlich mal Konsolenspiele aufzunehmen und ähm das auf dem PC in einer sehr guten Qualität denn der Kanal der kriegt gerade ein richtig 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 hartes Rework mit einem Glow Up aber das braucht auch seine Weile bis ich das ähm alles hingekriegt habe auf jeden Fall ein hartes Rework und ein Glow Up ich mir mal angucke mit was ich alles angefangen habe und dadurch auch trotzdem Abos bekommen habe da da stauniger ne wir sind so groß von den 300 Abonnenten und ähm das ist schon richtig geil mein eigentliches Ziel für dieses Jahr oder für letztes Jahr oder so wurde schon über Längen schon übertrumpft und für dieses Jahr ist sogar auch schon das eine und das Hauptziel und das optionale Ziel wurden erreicht und und kurz geht raus ganz fettes Dankeschön ich sehe auch äh dass man immer mehr neue Leute kennenlernt und antreffen die sich für diesen kleinen Kanal dann entscheiden und interessieren da öfter mal vorbeischauen ah das ist schon das ist schon was geiles muss man sagen auf jeden Fall und ich freue mich jetzt auch dass er ähm das ist auch für mich einfach nur Hammer der Content den ich bieten will und anbiete stetig immer von der Qualität her besser und besser und besser wird das sind alles Träume das das hätte ich mir vor einigen Jahren gar nicht erdenken können was ich jetzt momentan alles ähm erreicht habe erreicht habe das Wahnsinn äh alles durch ähm ja durch einen guten Zufall kann man sagen das Glück war auf meiner Seite und seitdem ging es einfach nur bergauf und auch seit ähm der PC in meinen Händen ist sowie natürlich auch die Konsolen ne muss man ja auch dazu sagen oh ui man kann ja schon mal ein bisschen leicht abbremsen ne da kommt auch ein gelbes Signal bringen jetzt eh gleich eine Bremskurve just in case just in case oh naja war doch vielleicht ein bisschen zu früh ok ein kleines bisschen bei manchen gelben Signalen haste ähm Bahnsteig gleich weiter vorne oder ein bisschen weiter hinter so ein bisschen eine trickreiche wenn nicht jedes Signal auch gleich am Bahnsteig mit dran ist ne das heißt äh das heißt äh du musst da schon ein bisschen gucken muss ich jetzt hart bremsen muss ich viel bremsen also du brauchst schon auf jeden Fall hier auch ein bisschen Streckenkenntnisse oh 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 hey ja und da hab ich mal nicht aufgepasst aber da ist ein gelbe Signal versteh ich nicht Verweigert. Keine Strecke verfügbar. Hä? Äh... Ja. Verweigert. Keine Strecke verfügbar. Da weg ist hier vorbei oder was? Da ist rot. Da ist rot. Da ist gelb. Wollen wir mal probieren? Scheiß drauf. Okay, hat geklappt. Dadurch kriegen wir ja richtige Verspätung, Alter. Ja, siehst du, da steht auch schon dran. Was auch ein bisschen stört, dass da deutsche Anzeigetafeln sind. Na, wir sind denn nicht mehr in Deutschland? Wir sind da in der Schweiz. Mensch, verpässt dich von meinem Bildschirm, du scheiß Insekt, Alter. Irritiert mich hier. Aber ich sag's mal so, wenigstens anzeigen, als gar keine anzeigen. So, da kommt eine Linkskurve. Ich denke mal, wir werden auch jetzt gar nicht mehr halten. Ich denke mal, wir fahren jetzt, oder hier, bei Emmenbrücke. Emmenbrücke könnte ich mir noch vorstellen, dass wir da halten. Könnt ihr mal kurz gucken, wie die Spur hier ist? Ob die Spur weitergeht? Nee. Wir müssen eine Emmenbrücke dann halten. Und dann fahren wir direkt bestimmt auch durch nach Luzern. Wir sind aktuell in der Aufnahme bei 18 Minuten und 10 Sekunden. Das geht. Vor allem, was mir jetzt auch so einfällt, wenn ich jetzt auch Tipps und Tricks machen möchte und so, ne, wo man dann auch ins PS-Menü muss oder so. Das kann ich ja jetzt alle zeigen. Auch wenn ich Streams mache, ne, wenn ich sage, wir machen jetzt mal hier eine, warte, ja, was weiß ich, vielleicht zwei, drei Stunden am PC irgendwas bleiben am PC, aber zwischendurch rüber zur Konsole. Das kann man jetzt alles machen. Und das ist einfach nur geil. Okay, wir müssen mit 40 kmh weiterfahren, warum auch immer. Naja, hör auf zu meckern. Hör auf zu meckern, hör auf zu meckern. Nein, nein, nein. Das war knapp. Das ist so geil. So viele Dinge, die man jetzt machen kann. Man kann auch direkt, wenn ich das schon mal sage, Livestreams auch direkt von der Konsole gleich machen. Man müsste zwar immer auch den PC damit anhaben und so, aber man, das ist schon cool. Die ganzen neuen Errungenschaften und Gelegenheiten, die man jetzt machen kann. Oh ja, da können, das wird schon geil. Ich habe ja auch noch die Logitech, ähm, Brio, leck, Gummio, äh, Brio, ich weiß das nicht, wie sie komplett heißt, glaube ich, auch 4K, irgendein Scheiß. Ich will mich jetzt nicht so direkt zeigen. Ich habe da so, die habe ich ja schon ein bisschen länger, seit ein paar Wochen und da hatte ich auch schon ein paar, ähm, Dinge, Birt, hat nicht so ganz geklappt. Will mich nicht direkt zeigen, will aber schon mit Facecam arbeiten. Ist der Weg, meine? Aber, ja, muss ich mal gucken. Also ich behalte die natürlich, aber jetzt ist die seit über einer Woche inaktiv. Ich muss mir da noch was einfallen lassen. Also, wenn, oh, da ist ein bisschen geknatscht. Warum auch immer. Ich meine, man muss ja irgendwie auch mit Facecam arbeiten, ist ja klar, wenn man ein bisschen größer werden möchte und alles, aber es gibt auch YouTube-Kanäle, die haben zig Millionen Abonnenten oder zig hunderttausende Abonnenten oder sonst irgendwas. Von denen weiß man nie so richtig, wie sie aussehen, weil man nur die Stimme kennt. Deswegen, also es geht auch ohne Bild. Aber mal gucken. Ich bin, ich habe ja so einiges, auf einen schönen Maddixion machen möchte, aber das Ding ist ja nur, wann kannst du das machen, wann willst du das machen. Das ist ja auch so ein Ding. Na ja, ist alles so ein Ding, so eine Sache an sich, für sich, alles zum Probieren. Mal gucken. Also irgendwie kriegen wir das hin. Ich bin mal auch gespannt, wann ihr dann diese Aufnahme sehen werdet. Ich werde die soweit erst mal fertig machen und mal gucken, wie lange YouTube sagt, auch da dafür. Oh, lecku mio. Also wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wie viel jetzt noch von dem hier kommen wird. schon wieder Zwangsbremse. Also umgekehrte Richtung von Luzern nach Sursee. Dann geht es ja noch. Da gehen ja die Geschwindigkeiten nur hoch. Du steigert sich ja immer hoch in der Geschwindigkeit hier von Sursee nach Luzern. Da ist es ja komplett andersrum. Da gehen die Geschwindigkeiten immer weit runter. Aber du hast irgendwie hier keine Möglichkeit, früh zu reagieren. Weil das ja auch das, äh, ETCS gleich sagt, ähm, du musst da und da bremsen. Ansonsten haue ich dir hier eh eine Zwangsrein. Und das binnen zwei Sekunden. Mensch, ich fahre des Olekumio, Alter. Also, das macht in dem Fall auch keinen Spaß. Wirklich. Ich war, ich war doch nur ganz leicht drüber. Ich habe doch abgebremst. Das geht mir so auf den Kicker. Wirklich. Das geht, das geht mir einfach auf den Kicker. Und jetzt hat, oh nee, nee, oder? Jetzt ist die richtige Notbremse auch drinne. Och, nö, Alter. Nö. 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 Warte, da stand irgendwas mit Notbremse. So. Scheiße. Meine Fresse. Also, das ist, das raubt schon einen wirklich den Nerv. So, Notbremse 100%. Oh, hier sind die Türen auch noch offen. Meine Fresse. So, probieren wir mal. So. Zack. Wie komme ich denn jetzt hier an die Notbremse? Ach, hier. Nee, hat nicht funktioniert. Sag mal. Scheiße. Ist denn das jetzt hier? Das, das, das. Nee, nee, nee. Ja, schöne Schesse. Mann, ey, das. Nee, nee, nee. So, kurz vom Ziel. Ich muss mal kurz pausieren und mal gucken, wie man sich aus einer Zwangse mit Notbremse befreit. Kleinen Moment. Okay, also, ich hab's mir mal angesehen. So, also, wir müssen das hier auf Null machen. Tolle Leistung und wieder zurück. Ah, okay. Gut, hat geklappt. Ich hatte schon, des Öfteren mal die Notbremse gehabt. Man wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich hab alles probiert, so wie wir jetzt hier gerade gemacht haben, aber nüchtern hat funktioniert. Schrecklich, schrecklich, wirklich. da muss man sich noch was einfahren lassen. Gerade, wenn man von Sursee nach Luzern fahren möchte und man kriegt dauerhaft eine Zwangse, sei es jetzt durch die Notbremse oder durch das ETCS, das macht kein Spaß. Also von Luzern aus nach Sursee ist geil, aber andersrum, das raubt dir jeden Nerv, jeden Spaß. Auch wenn diese Strecke ist kein TSW-2 Vollpreistitel ist, mit 24,99 statt 29,99 schon auch vom Content her ein bisschen mau. Also es gibt auch ein paar Addons aus dem deutschen Bereich, die haben jetzt auch nicht so viele Kilometer, ich glaube, Wuppertal oder so, Wuppertal nicht, Wagen, Siegen, wies ich es nicht, irgendeine deutsche Strecke, die hat auch wenig Kilometer, bietet aber mehr Umfang stattdessen. Das ist hier nicht der Fall. Da hat man 25, 26 Kilometer, Einzug, 112 Dienste und 5 Szenarien mit 3, 4 Trainingsmodulen und das war's. Mehr ist dann hier. Es macht Spaß, ja, gerade auch, wenn man so viele schöne Repaints hat und so, die ich ja jetzt auch nicht sein kann im Szenario, was ja auch kacke ist, was noch ein bisschen fehlt. Und halt, oh, oh, wir haben halt zu erwarten, oder? Oh, mäßig jetzt nicht. Ja, ETCS hat auch nicht ausgeschlagen. Da ist rot, da ist rot. Da kann sein, dass wir jetzt gleich rot haben. Eigentlich ist ich stehen geblieben. Signalkunde muss ich mir auch nochmal angehen. Ähm, Scheiße. Oh, Signalwechsel. Nein, nein. Jo, das war's. Fuck.